Wow! Since you've been like this Sasa, ey! Wow! Wie schön, oder? Sollen wir direkt schon mal anstoßen? Klar stoße ich mit dir an. Ich hoffe, es ist nicht das Einzige, wo man dich halt anstoße. Ich hoffe, ich kriege dein BH schneller auf als diese Flasche. Hahaha! Cheers, mein Schatz! Ich bin gespannt, wie weit sie gehen wird. Gib mir mal eine Minute, bitte, ja? Hahaha! Jungs! Fertig! Ihr wisst nicht, wie horny ich bin. Denk schön an mich dabei! Hahaha! Jawohl! Gefällt dir der Blick, ja? So, ich warte mal ein bisschen was versuchen, ja. Oh, warte, 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 warte. Warte ganz kurz, ich muss davor meine Hose ausziehen. Für den Vibe. Mann, das Musik wäre geil! Könnt ihr Musik anmachen? Soll ich dir was vorsingen? Wahrscheinlich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, alles klar.